Sankt Martin Adventskalender Es war einmal ein Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand. Es war aber gut und fromm und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann. Der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so auf meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und froh. Da gab es ihm seins. Und noch weiter ging es. Da bat eins um ein Röcklein und auch das gab es von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald. Und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es da so stand und gar nichts mehr hatte, da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Es waren lauter, harte, blanke Taler. Und obwohl es sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein. Das Mädchen war nun reich für seinen Lebtag. Ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Dieser Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.